Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Von meinem heutigen Gast, Marc Fischer, erfährst du, was Erlebnislernen ist und wie man dafür Videokommunikation einsetzen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Marc Fischer. Er ist Geschäftsführer der TEN Academy GmbH und kommt eigentlich vom Sport und BWL und sein Thema ist Erlebnislernen. Hallo Marc, grüß dich. Hallo Florian, grüß dich auch. Schön, dass du hier als Gast dabei bist und von deinen Erfahrungen erzählen möchtest. Ja, davon gab es ja auf jeden Fall jetzt genug in der letzten Zeit, weil wie du schon prophezeit hast, es bleibt nicht nur bei mach mal ein Video oder so. Deshalb habe ich einiges an Erfahrungen mitgebracht. Genau, denn vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Marc und ich, wir kennen uns. Ich habe letztes Jahr, das war glaube ich im Dezember 2022, habe ich für Marc sein Corporate Studio eingerichtet in seinen Räumlichkeiten und seitdem ist er da sehr aktiv unterwegs. Und das Spannende ist, Marc kommt ursprünglich vom Sport, hat Sport und BWL studiert und später noch Management und Führungskompetenzen. und sein Thema ist halt Erlebnislernen, das heißt, er bietet mit seinem Unternehmen Teamtraining für Unternehmen, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Unternehmen an, aber das Ganze draußen in der Natur. Und das ist total spannend, wie du da das Thema Videokommunikation einsetzt. Ja, es war natürlich auch so, der Sportler in mir hat gesagt, das kann ich ganz gut alleine wuppen, so schwer kann das ja nicht sein. Deshalb ist ein ganzes halbes Jahr vergangen, wo ich mir einen abgewürgt habe, genau mit diesem Thema, weil ich habe gemerkt, dass es mir total viel bringen kann. Und nachdem ich es aber selber nicht bewältigt gekriegt habe, genau, haben wir uns Gott sei Dank ja kennengelernt. Und dann war die Lösung, was waren das, 14 Tage, 21 Tage? Ja, da waren wir stramm. Das ist sowieso das Verrückte gerade, also irgendwie Anfragen kommen immer relativ früh und dann so, ja, wir können jetzt loslegen, ist dann, der Schmidt ist momentan 14 Tage. Also bei dir ging es ja noch, aber ich habe jetzt die letzten drei Projekte, das ist so stramm, also jetzt gerade bin ich auch in der Vorbereitung, übermorgen fahren wir nach München für die Firma Designfunktion, die kriegen insgesamt fünf Studios und diese Woche ist dann das München da dran. Und das hat sich auch alles mit der Terminfindung so kurzfristig ergeben, aber ähnlich wie bei dir, aber es hat ja auch andere Gründe, es hat ja damals auch gut gepasst, weil ich ja eh bei dir in der Gegend war. Von daher waren wir sehr kurzfristig. Ja, nee, da hatte ich dann Glück und dann konnte ich auch gleich, konnte ich gleich loslegen, weil dann habe ich zum Beispiel meinen ganzen Trainern, die ja nicht hier verortet sind, ja, konnte ich einfach dann auch direkt ein Video schicken zu Neujahr. Also ich bin seither wirklich auch qualitativ näher an meinen Trainern einfach dran, weil ja, die sind in ganz Baden-Württemberg verstreut und konnte das direkt auch schon umsetzen. Also es war eine prima Sache und du hattest mir ja versprochen, das ist ganz leicht und dann klickst du hier, klickst du da und dann kannst du losfahren und brauchst groß einfach im Selbstfahrbereich nicht so viel machen und dann war das auch so, da war ich echt happy und ja, also ich bin eigentlich auch der, der gerne Recht hat. Und dann hast du gesagt, ah komm, wir machen dir mal auch alle Möglichkeiten rein, damit du live gehen kannst. Ja, Ende vom Lied ist, ich bin jetzt 50 Prozent der Zeit live, weil ich in irgendwelchen Konferenzen bin, hab ein Webinar, ja, schon angeboten, hab jetzt am 4.4. wieder ein Webinar. Also auch da muss ich dir leider recht geben. Ach, das bin ich gewohnt. Ich nicht. Naja, ich kenne jetzt ein bisschen herablassen, nein, nein, aber ich kenne das ja, das ist ja bei den meisten, die meisten oder eigentlich alle kommen ja mit einem Thema, wo es bei ihnen wirklich drückt, wo der Schuh drückt und dann sage ich, ja, ja, eigentlich immer, dabei bleibt es aber nicht, du wirst schon sehen und so ist es dann eigentlich auch bei allen, wenn erstmal der Spaß gefunden ist, am Thema Videokommunikation, was man das machen kann, schwupp, wie du schon gut sagst, 50 Prozent der Zeit, dann doch online. Und ganz spannend fand ich ja, du hast bei LinkedIn so ein bisschen berichtet von deinem Besuch beziehungsweise deiner Präsenz, du hattest ja auch einen eigenen Stand auf der Didakte, auf der Bildungsmesse. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Erzähl mal, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Also die Erfahrung war die, wir sind alle drei Jahre auf der Didakte, also wir sind nicht so im Dauer-Dauer-Pace auf den Messen, also wir sind schon eher die Team-Trainer und ja, dann waren wir wieder, haben gute Kontakte gefunden und ja, wenn man die Möglichkeiten jetzt eben auch hat mit dem ganzen Setup hier, ja, mit dem Studio, habe ich mir überlegt, ja, dann wäre es doch ein leichtes, einfach jetzt auch unser Angebot mal zu erklären. Und das nicht nur irgendwie als Podcast, sondern ich habe dann einfach hier auf mein Tablet mein Angebot rübergezogen und konnte das den Leuten dann wunderbar erklären, ja, kann das denen jetzt zuschicken. und weil das ist ja, ist ja häufig, also bei uns ist es die Krux, ja, weil die denken, wir gehen, wir gehen einfach zum Klatschen in den Wald und fragen sich, was ist denn ja jetzt unser, unser großer Mehrwert und das möchte ich natürlich nicht in einem Angebot über 50 Seiten darlegen, was Erlebnislernen ist, ja, und ja, das, das habe ich gemacht, das klappt sehr, sehr gut und ja, Kunde zufrieden, ich zufrieden, alle zufrieden, prima. Die Welt ist ein besserer Ort. Ja, ist ja, also ich meine, eine Frage, die ich mir jetzt angewöhnt habe, weil es einfach wirklich so ein Key-Thema ist oder so, sage ich mal, die typische Schmerzfrage, wenn jemand mit dem Thema Videokommunikation unterwegs ist, welches Problem löst Videokommunikation in deinem Unternehmen? Und du hast eigentlich eine ganz, ganz große Frage, ein ganz großes Problem, ganz großes Thema schon hier sehr, sehr gut beschrieben, nämlich genau das Angebote erklären, Erlebnis beziehungsweise erklärungsbedürftige Produkte erlebbarer machen. Ja, das mögen wir alle nicht. Also ich kriege irgendwo ein Angebot zugeschickt und da stehen ein paar Daten, Zahlen, Fakten und dann fragt man sich aber, wer hat das jetzt geschrieben? Irgendjemand, der, keine Ahnung, gut Angebote aufsetzen kann oder so und sobald ich da persönlich werden kann und ich kann das mit einer Videobotschaft nochmal unterlegen, dann weiß die Person auf der anderen Seite natürlich auch, mit wem habe ich es da zu tun oder sie weiß es besser. Und in welchen anderen Bereichen, um da nochmal gerade zurückzugehen zu deiner eigentlichen Arbeit, siehst du dann noch Potenzial oder setzt du schon Video live oder als Aufzeichnung ein? Ja, das wächst, das wächst von Tag zu Tag, weil ich habe es jetzt erstmal zur Qualifizierung von meinen eigenen Trainern auch haben wollen, weil ich recht viele Präsentationen dann einfach einspreche, mich dann immer wieder auch mit ins Bild hole in den entscheidenden Momenten, weil wir haben natürlich immer dieses Thema Sicherheit. Also wir sind ja auf Wald und Wiese unterwegs, wir sind an Kletterfelsen, wir sind beim Floßbau, wir machen Mammutmärsche über 50 Kilometer etc. Und wenn ich meine Trainer da schule, dann müssen die natürlich auch wissen, was sind die wirklich knackigen Momente, wo kommt es drauf an? Und das kann ich nochmal viel besser auch mit einem Video unterstreichen. Und genau, das war so mein erster Gedanke, dass ich denke, komm, da kannst du deine Trainer, die dann einfach auch nochmal besser schulen und denen nicht nur irgendwo eine PDF rüberschicken oder ein pixliches Video, sondern auch so, dass man da wirklich Spaß dran hat. Das war so der erste Gedanke und jetzt haben wir eine Trainerausbildung, die immer mit so einem Selbstlernprozess startet über drei Wochen und jetzt baue ich da ein komplettes E-Learning-Modul mit auf. Also die Ideen kommen durch die Möglichkeiten, sag ich mal. Das ist ein schöner Slogan. Das ist ein sehr schöner Slogan. Warte mal, ich muss mal gerade kurz raus mit den Schützen lassen. Ja, aber es stimmt. Es ist ja genau das, wie der Hunger kommt beim Essen oder der Appetit kommt beim Essen. Das ist genau das, was ich auch regelmäßig predige. Aber man muss es erst selbst erlebt haben. Deshalb ist es so schön, das von dir zu hören. Denn, ja, man weiß ja nie, was man nicht weiß, ne? Ja, richtig, richtig. Also nach dem Aufsetzen meines eigenen Studios, wo ich mir ein halbes Jahr einen abgebrochen habe, weiß ich schon, was ich nicht kann. Definitiv. Ja, und die Möglichkeiten halt, die du damit ja noch jetzt bekommst. Also wie du schon sagst, das kommt erst mit dem Machen, dass man feststellt, ach da kann ich es auch noch einsetzen. Du, mir geht es ja selber auch nicht anders. Also auch jedes Mal bei neuen Kunden fallen mir neue Ideen, neue Möglichkeiten, wie man Video halt integrieren kann in Prozesse, in Arbeitsabläufe. Definitiv. Spannend fand ich, was du geschrieben hast bei LinkedIn. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, dass du auf der Didacta, ich glaube bei einem Vortrag irgendwo hattest du das auch geschrieben, irgendwas mit Podcast und Videokommunikation. Habe ich das richtig im Kopf? Irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Habe mir da natürlich, also auf der Didacta gibt es sehr viele Vorträge, auch ein Grund, warum wir da gerne sind und selber weiterbringen und ein Vortrag hieß eben Podselling. Ja, also toller Begriff auch, super Redner. Der hat so viele gute und richtige Sachen gesagt. Aber dadurch, dass ich deinem Podcast ja auch folge und weiß, weil es nicht viel Neues dabei war, war eine gute Wiederholung, weil ich das von dir dann auch schon kenne. Und das gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man so das Wissen aus einer Hand kriegt. Und ich meine, bei meinem ersten Webinar, mein Panikanruf bei dir, das ist natürlich auch viel wert, wenn man dann irgendwie weiß, okay, in zehn Minuten gehe ich online und alles irgendwie, ja, Teams sei Dank, Microsoft Teams, wirft uns doch da manchmal die Knüppel zwischen die Beine, wie man so schön sagt. Aber ja, hat funktioniert, so soll es ja auch sein. Hat funktioniert alles, genau. Und wenn es einmal läuft, läuft es sowieso. Aber hast du denn, ich war ja selber vor 20 Jahren mal auf der Didacta und kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube am zweiten Tag abends hat mich eine ganz üble Grippe erwischt und die restliche Zeit habe ich im Hotelzimmer gelegen und mein damaliger Geschäftspartner hat alles gemacht. Das war großartig, also ganz tolle Erinnerungen und auch ein anderes Hotel, war echt schön. Ja, aber was mich interessieren würde, weil ich bin jetzt nicht so der große Messegänger, zumindest noch nicht, geplant ist es definitiv. Hast du das Gefühl, dass da so, ich sag mal, die technische Revolution im Lernen, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, dass das angekommen ist? Weil ich habe halt immer noch den Eindruck, wenn ich so schaue, was bei LinkedIn präsentiert wird in Sachen E-Learning, es ist methodisch sehr weit, soweit ich das beurteilen kann. Also ganz, ganz viele Trainer und Coaches haben sich da, was die Methodik betrifft, qualifiziert und weitergebildet, dass es halt auch mit Online-Formaten oder Video-Formaten gut funktioniert. Aber ich erlebe selten bis nie, dass jemand dann auch auf die Idee kommt, technik kreativ einzubinden oder technisch von diesen ganzen, sag ich mal, Übergangslösungen, wie ich habe hier noch eine Webcam und hole mir eine Dokumentenkamera noch dazu, mal einen Schritt weiter zu gehen und einfach das mehr zu einem Erlebnis zu machen. Hast du da auf der Didakte irgendwas erlebt? Gab es da Anbieter, die in das Thema reingegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt mal Videospann da und Videokommunikation beim Lernen zu einem Erlebnis? Nicht bewusst, nee. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Smartboards werden größer und wenn man ein größeres Smartboard hat, dann wird es noch größer. Aber egal, was die dann auch irgendwie dort bringen, sag ich mal, bist du relativ eindimensional. Also auch die Dokumentenkameras, wie angesprochen, die waren auch vor Ort sichtbar. Aber ja, das ist ja, sag ich mal, eine Lösung, die mich wieder in eine Dimension irgendwie schiebt. Aber ich kann das nicht frei zusammenstellen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es ist so mein Problem, was ich mit solchen Lösungen immer habe. Und ja, wir waren dort in der Halle für berufliches Lernen und die war wirklich zu, bis auf vier Stände war alles digital, digital. Wir haben uns auch mal hingestellt und haben dann auch ganz bewusst für analoges Lernen mal die Fahne hochgehalten, so sagt man. Genau, weil das muss ja auch die Grundlage sein, dass man einfach diese Kreativität hat. Also auch dieses, so wie wir jetzt auch schon den Austausch hatten ganz zu Beginn. Ja, was kann man machen? Also ich habe da auch analog von dir gelernt, um es dann digital wieder umzusetzen. Und ich glaube, da kommt auch echt immer die Überraschung rum. Also wenn wir so als, ja, wir sind ja irgendwie so die Waldtrainer, die Outdoor-Trainer, so, ja, denen traut man oft ja auch diesen digitalen Anspruch nicht wirklich zu. Stimmt, ja. Also wenn man mit seinen Wanderschuhen dort irgendwo aufschlägt, dann erwartet keiner, dass du dann plötzlich irgendwie ein Full-HD-Video bekommst mit super Tonqualität etc. Und ich glaube, diese Mischung, die macht's. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Handwerksbetrieb hätte oder so, ich wäre Schreiner, dann würde ich mir da Gedanken machen, ja. Wo kann ich in dem Bereich dann vielleicht nochmal mich positionieren? Und, also, ja, weil, wo gucken die Leute, wo suchen die Leute? Also es geht mir ja auch so. Wenn ich ein Thema habe, dann Google schmeiße ich nicht so gern an, ja. Aber Google-Tochter, YouTube, da gehe ich rein, such sowas, ja. Und wenn ich mich dann da als, bleiben wir beim Beispiel, als Schreiner auffallt, mega. Das ist eine super Idee. Also ich bin jetzt gerade hier so parallel, obwohl wir Männer ja nicht so multitaskingfähig sind, aber parallel am Brainstormen, das ist eine richtig geile Idee. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also klar, ich erzähle natürlich auch jedem Unternehmen, sie können sich präsentieren, sie können Produkte präsentieren. Aber an Handwerksbetriebe habe ich noch gar nicht gedacht. Ich war im Maschinenbau, da habe ich Kontakte. Da gibt es tolle Möglichkeiten, aber Handwerk ist eine super Idee. Ich überlege gerade, also gerade meine Tochter, die hatte letztes Jahr im Sommer eine Ausbildung als Schreinerin begonnen. Leider hat sie die mittlerweile abgebrochen, weil sie gemerkt hat, dass es nichts für sie ist. Aber da habe ich erst mal erlebt, die bauen sehr, sehr hochwertige Küchen, wo sie waren im Unternehmen. Auch sehr, sehr modernes Unternehmen, also mit CAD-Zeichnungen und so weiter und so fort. Ich überlege gerade, wenn so ein Unternehmen, was gerade auch so im Premium-Bereich unterwegs ist, Planungen mit Kunden online nicht nur bespricht, sondern auch präsentiert und darüber sich auch präsentiert, das ist ja wie ein Einhorn. Also wer damit jetzt anfängt, der kann da hervorragend Marktbereiche mit besitzen. Ja, das stimmt. Ja, aber du musst schon auch die Chance haben. Also ich folge zum Beispiel auf TikTok einem Barista und der macht so klasse Videos. Die sind alle nur ungefähr eine Minute, aber die sind halt auch prima produziert. Also das macht dann wirklich Laune, dem zuzugucken. Der hat geile Inhalte und dann bist du neugierig, dann gehst du auf die Homepage und dann siehst du, ah, guck, der hat noch einen kleinen Shop, dann stöberst du da rum. Und also ich mit der Kreativität und einfach den Möglichkeiten, ich weiß jetzt nicht, für welche Branche das irgendwie nicht ein riesen Benefit sein könnte. Definitiv. Also es gibt sicherlich ein paar Sachen. Ich hatte mit einem befreundeten Präsentations- und Kameracoach, haben wir mal in einem Webinar wirklich darüber überlegt oder im Vorfeld, wo macht es gar keinen Sinn? Und das sind so alltägliche Dinge. Ich sage mal, der Metzger oder der Getränkemarkt im Nachbarort, der braucht jetzt keine Videokommunikation, weil das sind ja Alltagskonsumgüter, die du ja sowieso kaufst und nach anderen Gesichtspunkten dich da orientierst. Aber ansonsten definitiv, sobald es ein bisschen von der Norm abweicht, wo man nicht nur über Präsenz vor Ort oder über Preiskampf die Gunst des Kunden erreicht, ist es schon interessant, mit Video was zu machen. Auf jeden Fall. Auch hinsichtlich der nachwachsenden Generationen der Nachfolgenden. Also von mir ein klares Jein, halb Jahr, halb nein, weil wir haben bei uns, also in unserem Dorf, wo wir wohnen, 1500 Einwohner, haben wir jetzt den dritten Metzger bekommen. Und ein Metzger, der hat sich einen wunderbaren Flatscreen mit reingehängt, hat ein Video gemacht, wo ihre Tiere sind, bei uns im Ort. Und zeigt dort quasi fast den kompletten Prozess. Also der hat so Wollschweine, das sind Schweine mit Haaren hintendran. Und wo der die hält. Und dann kannst du dann, also dann erkennst du das, dann kannst du vorbeispazieren und siehst, wie die Tiere dort gehalten werden. Und also auch der Metzger kann sowas natürlich machen. Siehst du, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen, stimmt. Wenn der, also wenn ich mit dem irgendwie ins Gespräch komme, der hat immer wieder so interessante Geschichten. Und wenn der das irgendwo auf einem Kanal wiedergeben würde, ich würde ihn abonnieren. Und also gibt mir dann auch ein ganz gutes Gefühl. Und dann gehe ich nicht zum Edeka-Metzger, sag ich mal, wo ich einfach diese Gewissheit nicht habe. Und er macht sich da transparent. Seine Arbeit macht er transparent. Und bildet dort einfach auch seine Mitarbeiter auch ab. Da weiß man, wer was dort zu tun hat. Ich glaube, gerade das Thema Transparenz, wo du es ansprichst, auch bei Lebensmitteln, das ist was, was zukünftig die Chance für kleine und mittelständische Betriebe ist. Weil große Konzerne, die können die tollsten Hochglanz-Videos präsentieren und sich immer toll ins Licht rücken. Aber da ist das Vertrauen, zumindest für die Menschen, die ein bisschen kritischer sind, ist ja sowieso hinüber. Aber so kleine Unternehmen, siehst du, habe ich auch noch gar nicht dran gedacht. Man lernt immer dazu. Das erinnert mich gerade, ich habe die Tage bei Facebook einen Werbespot gesehen von einem Gutshof, so irgendwo im Siegerland, glaube ich. Und zwar ein Biohof, die so eine Art Gourmet-Pakete zusammenstellen, die du bei denen kaufen kannst. Und die haben das auch so gemacht. Die haben, ich weiß nicht, wahrscheinlich der Junior-Chef oder der Chef hat ein Video das Ganze gezeigt und dann als Facebook-Anzeige halt veröffentlicht. Und ich fand das so charmant, dass ich wirklich geguckt habe, wo sitzen die? Weil ich dachte, der ist die Komma aus der Haife, so von der Natur und so allem. Stimmt. Und da ging es auch um irgendwie Fleischprodukte, Wurst und so. Ja, geht auch, wenn man kreativ ist. Ja. Das geht überall. Also dieses Thema Transparenz. Also ich habe jetzt auch, fällt mir gerade noch ein, ich habe echt so viel mit meinem Studio schon gemacht, dass die Hälfte irgendwie runtergefallen ist. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ich finde es ja auch spannend, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ja jetzt nicht als Dauerwerbesendung gedacht, überhaupt nicht. Wir haben auch schon lange nicht mehr gesprochen. Für mich ist das wirklich interessant, mal zu sehen, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ja, du, also die, wenn du diese Möglichkeiten hast, kommst du immer wieder auf neue Ideen. Ich habe Stellen ausgeschrieben. Ich habe zwei Stellen noch zu besetzen gehabt. Und da habe ich gedacht, warum das Pferd nicht mal anders aufzäumen. Ich schicke den Bewerbern quasi Informationen als Video zu. Ich habe eine schöne Präsentation gemacht und habe denen auch wieder gezeigt, wer ist eigentlich der Geschäftsführer von Tenacademy. Und habe denen dann fast 30 Minuten Videomaterial direkt zu Beginn zuschicken können. Und dann kriegen die ein Gefühl, bin ich da überhaupt richtig an diesem Platz? Und bin da schon mal in die Vorleistung reingegangen. Und die Resonanz, die war überwältigend gut. Die haben echt gesagt, durch die Bank weg. Sie kennen das ja nicht, also kennen wir alle nicht. Ich bewerbe mich irgendwo auf eine Stelle und dann muss ich mich nackig machen. Muss die Hosen runterlassen, komm mit meinen Unterlagen und schicke erstmal alles von mir. Und so konnte ich dann aber auch zeigen, was ist mir wichtig? Was bin ich für ein Typ? Mit wem muss man dann zusammenarbeiten? Und konnte das sehr, sehr authentisch dann auch rüberbringen. Und das einfach mit einer Mischung aus Präsentation und Videomaterial war wirklich prima. Und ja, das hat mir dann, glaube ich, einen guten Vorsprung gegeben. Wo hast du noch neue Ideen? Ich finde es jetzt spannend, jetzt wie ich mehr höre. Du hast gesagt, es sind viele Sachen hinten übergefallen von dem, was du jetzt gemacht hast. Jetzt musst du auch liefern, also. Ja, mir fallen dann immer wieder die Sachen ein. Ja, also ich habe jetzt auch meinen Podcast gestartet, weil ich denke, dieser Podcast, der kann einfach für Aufklärung auch sorgen. Weil wenn du, also Ten Academy gibt es seit 1999. Ich bin seit 2001 in diesem Coaching-Geschäft mit drin, in der Entwicklung. Und dann hast du natürlich auch echt ein großes Wissen. Also da kannst du auch immer rausschießen, wie du willst, sag ich mal. Und das ist mir aufgefallen bei dem Podcast, dass du so viele Informationen hast, die den Teams in den unterschiedlichen Bereichen irgendwie helfen können. Ja, und ich kann da jede Woche eine neue Folge aufnehmen. Und ja, das hatte ich davor auch nicht vor, einen Podcast zu machen. Natürlich muss man sich so ein bisschen arrangieren, wie bringe ich diese ganzen Ideen in den schönen roten Faden. Und wie kann ich die dann gut präsentieren. Aber das ist ja wiederum dann quasi meine Herausforderung, die ich dann nehmen kann. Weil, also beispielsweise in Freiburg, da ist ja wirklich so ein Mecker an Firmen, die dieses erlebnisorientierte Lernen auch machen. Und ich sage immer so schön, wo viel Licht da, viel Schatten. Und ich möchte da ganz bewusst dann auch in die Außenwirkung gehen und möchte sagen, hey, wir wissen, was wir tun, weil wir das einfach schon lange machen. Als Team, als Organisation sind wir da lange dabei. Da müssen wir uns gar nicht verstecken. Und da können wir einen Podcast machen. Wir schicken euch gerne ein Video zu von dem, was wir, wie wir was machen, was wir erwarten etc. Also das ist gigantisch gut, macht alles sehr, sehr leicht. Der nächste Schritt ist dann YouTube, ne? Ja, den YouTube-Kanal. Den YouTube-Kanal gibt es auch schon. Also wir sind jetzt beim dritten Video von dem her noch nicht so groß. Aber langsam, aber sicher. Alles unter, Vorsicht, Werbung, Team Mensch zu finden. Ja, du darfst gerne Werbung machen. Also ich werde auch den Link zu deiner Seite in den Shownotes präsentieren, weil das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, wenn jemand sagt, Mensch, der ist mir sympathisch und das brauche ich unbedingt in meinem Unternehmen. Wäre es ja völlig bescheuert, den Menschen das Suchen nach dir schwer zu machen. Also den Link, den gibt es auf jeden Fall in Shownotes unten. Definitiv. Und bei YouTube bist du schon mal weiter als ich. Ich habe viele Videos bei YouTube. Das sind anfangs ein paar Snippets aus unseren Online-Kursen, die wir mal produziert haben gewesen. Und jetzt sind es vor allen Dingen Podcast-Folgen, die hochgeladen sind. Und hier und da auch mal eine Aufzeichnung von einem Livestream. Ansonsten bin ich, was YouTube-Videos betrifft, echt noch, also das vernachlässige ich echt noch sträflichst, muss ich sagen. Ich predige an Leuten, macht es, aber ich selber. Es ist aktuell wirklich ein Kapazitätsproblem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man hat ja nebenher auch noch eine Firma. Genau, so nebenher. Die man neben Content auch noch irgendwie machen möchte. Dann noch Familie etc. Nee, muss man gut gucken, wo man auch irgendwie sich wohlfühlt drin. Also ich habe schon gemerkt, dass das Thema Podcast mir mehr liegt wie YouTube. Momentan. Kann ich nachvollziehen. Geht mir genau. Muss man für sich so ein bisschen klarkriegen. Aber kann man auch gut mit experimentieren. Aber Thema bei uns, das ist ja gerade so aktuell, also das habe ich jetzt auch auf der Messe gemerkt, wie nie zuvor nach zwei Jahren Corona. Und ja, die Leute irgendwie in die Homeoffice drängen und weg voneinander, ist dieses Gruppen- und Teamthema so groß. Ja, also die Leute, die rennen uns die Bude ein, weil sie jetzt auch merken, es wird schwierig, wenn wir jetzt wieder aufeinander treffen und haben uns nur irgendwie über Zoom quasi die ganze Zeit gesehen, müssen wir auch wieder in die Realität kommen. Und das ist natürlich echt prima. Und was wir dann ganz gerne machen, ist, dass wir die Vorbereitung und die Nachbereitung, haben wir jetzt schon ausgearbeitet, dass wir die digital machen. Also wir springen immer noch durch den Wald, wir hängen immer noch an irgendwelchen Kletterseilen etc. Oder machen unser Training. Aber wir bereiten die Leute digital darauf vor, digital in der Nachbereitung und haben dadurch natürlich auch nochmal einen größeren Benefit. Wir können an denen viel besser dranbleiben. Und das ist eine feine Sache, um einfach wieder ein bisschen zusammenzurücken, näher aneinander kommen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich überlege gerade, weil letzten Endes, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Erlebnis lernen ist ja theoretische Inhalte durch praktisches Tun vertiefen oder sich erarbeiten. Und da ist es natürlich super, wenn du durch das Medium Video nochmal im Nachgang den theoretischen Background oder auch Übungen, die im Alltag integriert werden können und sollen, nochmal mitgibst. Das ist natürlich viel, viel einfacher umsetzbar, als wenn du denen jetzt ein PDF schickst. Liest ja keiner. Ist ja so. In aller Regel wird das halt abgespeichert und dann ist gut. Du musst dich mal reingucken in den Ordner. Ah, das ist super. Schicken Sie mir das gerne zu. Danke. An die E-Mail-Adresse schredder. Spam at schredder. Wie das Faxgerät, früher gab es ein Faxgerät, was direkt das Endlos-Papier den Schredder geschoben hat. Ich habe ihr Fax bekommen. Ja, das ist glaube ich PDF, das ist das neue Fax. Definitiv. Und ja, also muss man sich ja nur mal anschauen, wie man selber auch gern irgendwie was lernt. Und ja, beim Erlebnis lernen, also ich gebe ganz gerne so das Beispiel, wir machen, wir schießen ja jetzt nicht nur Bogen mit jemand, sondern wir haben irgendein Ziel, wie zum Beispiel, man möchte sich besser konzentrieren, Spannung, Entspannung, das sind Themen, die man ganz gut mit Pfeil und Bogen abbilden kann. Und dann lassen wir die Leute schießen, dann haben die diesen Aha-Moment, ah, wenn ich irgendwie ruhiger atme, wenn ich mit den Augen auf meinem Ziel gerichtet bleibe, dann kann ich plötzlich besser treffen. Dann fliegt der Fall genau dorthin, wo es sein soll. Oder auch einfach dieser Aha-Moment. Der erste Schuss ist halt immer Murks. Aber schon nach dem achten, neunten, zehnten Schuss wird es viel, viel, viel besser. Und wenn die dann merken, ach, guck mal, so ist es ja mit meinem Podcast auch. Mein erster Podcast, der hat die Scheibe zwar getroffen, aber war noch nicht mittig, aber ab Podcast 5, 6 klappt das. Ja, dann hat man das übers Bogenschießen quasi verinnerlicht, gelernt und kann das dann auf den Alltag widerspiegeln. Und das ist natürlich gut, wenn man dann im Nachklang zum Beispiel den Teilnehmern einfach irgendwo ein Bild schicken kann, wie dieser Teilnehmer dann den Bogen in der Hand hat. Und ich kann da aber drunter nochmal sprechen. Ich kann eine persönliche Nachricht reingeben oder was ich von dir kenne, ist diese Loom-Geschichte. Wenn ich sowas dann den Leuten zuschicken kann als Reminder, sieben oder vierzehn Tage später, dann sitzt das zu Neudeutsch-Learning natürlich auch viel besser. Und was ist so, das fällt mich gerade ein, was ist so, ich sag mal, das Thema, wo du sagen würdest, dass das beim Erlebnis lernen das meistgefragteste, populärste oder auch das, wo du weißt, also da ist immer der Impact am größten. Das ist wahrscheinlich nicht das gleiche Thema, aber zwei, drei Themen. Also erst mal, welch ist das populärste Thema, was am meisten angefragt wird? Also, ich sag mal, der Aktivität, um das und das zu erreichen. Wo siehst du, mit welcher Aktivität kann man am meisten, du hast gerade Bogenschießen schon erwähnt, aber am meisten Impact erzeugen? Also die Anfragen kommen meistens in Richtung, wie können wir, wir brauchen Teambuilding, wir brauchen Teamwork. Das sind aber alles nur so Worthülsen. Also da muss man schon ein bisschen genauer graben. Was brauchen die Leute? Oft, leider ist es halt die Kommunikation. Also es geht nicht aus, never ending story, Thema Kommunikation. Und dann machen wir es so, dass wir halt kein Gummihuhn durch den Seminarraum werfen oder so. Also wir versuchen bei unseren Aktivitäten diese Ernsthaftigkeit zu haben. Also ich sag immer, ein Gummihuhn ist egal, ob irgendwie diese Aufgabe gemacht ist oder so, muss man sich nur immer vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn hat. Aber wenn ich jetzt sage, komm, wir spannen hier eine Seilbrücke rüber als Gruppe, danach gehen alle von uns über diese Seilbrücke, dann sind die Teilnehmer natürlich drauf und dran, dass diese Seilbrücke auch gut aufgebaut wird. Eine kleine Motivationshilfe. Dann haben wir die Ernsthaftigkeit. Oder wir gehen auf eine Expedition und wissen, okay, wir sind jetzt zwei Tage und auch eine Nacht unterwegs. Dann muss die Projektgruppe Sicherheit oder Equipment oder Projektgruppe Weg. Die müssen sich natürlich dann gut überlegen, haben wir alles. Nicht, dass man dann plötzlich irgendwo am Lager steht abends und keiner hat ein Feuerzeug dabei. Weil dann kannst du nämlich deine Lagerfeuersuppe, kannst du nämlich kalt schlürfen. Spannend. Ich habe das noch nie erlebt. Also ich stelle mir das bestimmt toll vor. Besonders frage ich mich gerade, ist das bei den Unternehmen eine freiwillige Sache oder heißt das so die Abteilung, böse Frage, oder die Abteilung geht jetzt geschlossen. Also ich habe das nämlich von einem befreundeten Unternehmer mal gehört. Wir haben darüber gesprochen, weil meine Frau Joanne und ich, wir sind ja auf vielen Seminaren gewesen, unter anderem auch bei Christian Bischof. Das war ja witzigerweise auch der Grund, warum ich bei dir in der Gegend war. Da waren wir im Dezember. Im Süden. Genau. Und der befreundete Unternehmer sagte, ja, ich war so begeistert und dann habe ich hier für das Einsteigerseminar meiner gesamten Belegschaft Karten geschenkt. Und das war ein absolutes Desaster, weil es haben zwei Leute dafür gesorgt, dass es für die anderen 20 oder 25 zu einer echt unangenehmen Veranstaltung wurde, weil die haben wirklich keinen Bock gehabt und das halt so ausgestrahlt. Wie ist deine Erfahrung? Also du kannst nicht sofort mit einer Drei-Tages-Expedition um die Ecke kommen. Da versteht der Kunde dann einfach auch nicht, was du gerade von ihm möchtest. Also der denkt, der will uns einfach nur schinden, ja, da habe ich keine Lust drauf. Deshalb ist die Herangehensweise schon, dass man kleinere Trainings macht und dann aber auch die Leute wirklich bewusst informiert, warum machen wir das? Also das Geilste ist einfach, wenn die dann so weit sind, diese Trainings durchlaufen haben und dann nach einem halben Jahr geht man auf eine Expedition und die sind geil drauf, dass es hoffentlich kalt ist und regnet. Okay. Weil die wollen dann diese Challenge, die wollen dann diese Herausforderung und das geht natürlich nicht beim ersten Mal. Also hallo, ich bin der Marc, wir gehen jetzt los. Ihr seid erst in zwei Tagen wieder zu Hause. Da werden alle meutern und werden es boykottieren. So ähnlich wie bei deinem Beispiel jetzt. Aber da muss man die langsam ranführen und dann, dass die auch verstehen. Ja, weil so ist unser Alltag. Unser Alltag ist, ich mache mir morgens einen Plan, mit meiner To-Do-Liste, mit meinen Abläufen etc. Und dann kommt der Regen. Also sprich, da wird ein Kind krank oder weiß Gott was oder ein Mitarbeiter fällt aus. Dann habe ich plötzlich diesen Regen und dann muss ich reagieren und dann muss ich mich da irgendwie anpassen. Dann muss ich mein Team anrufen, sagen, hey, ich komme heute eine Stunde später, weil wir müssen noch zum Arzt. Und dann muss das Team das quasi wuppen und dass die einfach auch diesen Spaß an den Herausforderungen haben. Weil also heutzutage mit allem Drum und Dran hat man ja eigentlich nur noch Herausforderungen. Und wenn man da keine Lust hat und auch nicht weiß, wo die Stärken vom Gegenüber sind, dann wird es schwer. Dann kriegt man gern mal ganz früh einen Burnout oder dann sucht man sich irgendwo auf dem Finanzamt einen Job. Spannend. Ich habe sowas noch nie mitgemacht. Finde ich interessant. Kann mir auch gut vorstellen. Also wenn jetzt meine Frau kommt, ist es zum Beispiel auch so, ich bin jetzt nicht so der Sportmörder-Sport-Typ. Was nicht heißt, dass ich nicht Spaß daran hätte oder habe. Es ist einfach aktuell nicht so. Und ich weiß, meine Frau, die hat ja auch mal Sport studiert ursprünglich, bevor ich dann in ihr Leben trat und ihre Sportstudiumskarriere versaut habe. Also ich glaube, sie war damals schon nicht so ganz sicher, ob sie da weitermachen soll. Aber die ist dann auch so, ach, ich habe jetzt Lust, komm, lass uns mal irgendwie eine Runde, keine Ahnung, wandern geht oder so. Und ich stelle mir gerade mal vor, wenn ich einen Chef hätte, was ich ja zum Glück nicht habe, und der sagt mir so, ne, aus gutem Grund, hatte ich noch einmal, zweimal als Zivi ein Jahr lang und dann anderthalb Jahre war ich angestellt danach. Und dann sagt meine Frau, ist der Chef in der Hinsicht. Und ich hatte aber jetzt wirklich in der Firma noch einen, der mir sagt, und jetzt nächste Woche Montag, Überraschung, wir machen eine Drei-Tage-Expedition durch die Alpen mit Regen und Kaltwasser. Tja, meine Motivation war auch grenzwertig. Und die Alpenüberquerung machen wir schon auch, aber wir machen auch so Teamarbeit, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennt. Also wir bieten Lagerfeuer-Workshop an für die ganze Belegschaft. Und dann, also Lagerfeuer-Kochkurs. Und das heißt, da muss richtig zusammen geackert werden, weil da hält man nicht nur ein Würstchen irgendwie ins Feuer, sondern da muss man gucken, dass das Feuer läuft. Man muss die Lebensmittel rechtzeitig vorbereiten. Feuer ist auch nicht so, dass man das einfach so hoch und runter justiert, wie ein Induktionskochfeld oder so. Und da wird den ganzen Tag über gekocht, gemacht. Und das ist, also danach verstehen sich die Teams auch deutlich besser, weil man sich eben kennenlernt. Also die besten Gespräche, wo sind die? In der Küche. Egal, auf Party oder weiß Gott wo. Wenn wir campen sind, dann haben wir beim Abspülen oder so auch immer die besten Gespräche. Und das machen wir beispielsweise. Da muss man gar nicht so viel, so sportlich sein. Und was wir auch machen, ist Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse. Die gehen über zwei bis drei Tage. Und dort kriegt man natürlich ganz normal, wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs, erstmal die Basics vermittelt. Was muss ich machen? Bei einer stark blutenden Wunde etc. So wie man es vielleicht von den Maltesern auch kennt. Und wir legen dann aber auch noch Wert drauf, dass man diesen Teamgedanken da einfach auch noch mehr leben muss. Also man ist unterwegs im Wald und plötzlich gibt es ein Szenario, ein gestelltes Szenario und jemand bricht sich das Bein. Muss von A nach B transportiert werden. Und dann muss die Gruppe halt eine Lösung finden. Wie kriegen wir den da? Sachte rüber transportiert. Also mit rüber meine ich zwei Kilometer rüber. Und dann bauen die was aus den Mitteln, die sie haben. Und dann wird eine Person transportiert. Und das ist auch spannend. Ja, das führt auch viele psychisch und physisch schön an ihre Grenzen. Ja, erdet aber auch ein bisschen. Also ich meine, ich bin ja Landkind, auf dem Land aufgewachsen und bis zum Einstieg in mein Berufsleben sehr, sehr viel draußen gewesen und auch habe viel handwerklich gemacht. Und ich finde es immer interessant, auch gerade in meiner Familie, also die Familie meiner Frau, die sind alle Städter, die sind in Köln groß geworden. Und da gibt es manchmal so wirklich ein bisschen Kulturclash. Also das Schärfste fand ich mal, es war jetzt ein völlig anderes Thema, aber da war mein Neffe, glaube ich, zehn. Das war schon viele Jahre her. Und damals haben wir hier auf einem kleinen Bauernhof im Ort gewohnt. und die kamen zum ersten Mal uns besuchen und dann meinte er, ja, wo denn jetzt der Bauer wäre, der den Bauernhof hier bewirten würde. Wie jetzt? Naja, aber da ist so eine Scheune und da wären auch sicherlich Tiere drin. Und ich war erst mal völlig perplex, weil ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt nicht, glaube ich. Doch, es gibt einen Aussiedlerhof, das ist ein älteres Ehepaar, was bei mir so als Selbstversorger agiert. Es gibt keine Bauern mehr. Und da wurde mir nochmal klar, der kennt halt Land nur vom Buch, vom Kinderbuch und vielleicht irgendwie, die, na gut, Fernseher haben sie nicht, aber wirklich vom Kinderbuch oder von Erzählung. Und das ist ja irgendeine Idylle, die es gar nicht mehr so gibt. Und genauso habe ich dann auch ganz häufig erlebt, so bei handwerklichen Dingen, wo du es gerade schön beschrieben hast, sowas habe ich schon erlebt mit, man macht gemeinsam, löst man ein Problem, wo man wirklich anpacken muss, was so richtig erdig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben wir erlebt im Kindergarten hier. Also unsere Kinder ist schon ewig her, aber im Kindergarten waren, da gab es ein Projekt, wir bauen den Spielplatz neu. Das war spannend. A, haben wir hier dadurch die Leute im Dorf kennengelernt, weil das war vier Wochen, nachdem wir hier hingezogen sind. Und B, habe ich auch sehr schnell gelernt, wer ist psychisch und physisch ganz schnell an seinen Grenzen. Die meisten waren eher psychisch schnell an ihren Grenzen. Oder auch so vom Pragmatismus her. Also das ist schon echt spannend. Ja, das ist aber Erlebnislernen. Also wir nehmen uns ein großes Projekt und bauen einen Spielplatz. Genial. Also auch wenn man da zum Beispiel die Artsobis in sowas mit reinnimmt, als Firma. Mega. Also wirklich gut. Und das kennen wir ja heutzutage auch gar nicht mehr. Also wir sitzen ab dem sechsten Lebensjahr sitzen wir in der Schulbank, kriegen was vorgebetet. Und also ich bin noch froh, dass ich so oldschool auf der Realschule gegangen bin und Technikunterricht hatte. Da hat man einen ganz strengen Techniklehrer, so wie sie es gehört, der herab, Grüße gehen raus an dich, äh an sie. Und ja, also das war prima, weil der erklärt dir zuerst, wie ein Elektromotor funktioniert und dann in den nächsten paar Stunden dann wickelst du eine Spule und dann baust du einen Elektromotor. Und das fehlt schon. Ja, also dieses ganze, ganze Verkopfte und also ich habe es schon mal in einem Video gesehen. Ja, das fehlt uns glaube ich allen. Ja, ich habe als Student auch ganz gerne in den Semesterferien einen Job angenommen beim Handwerker. Also Landschaftsgärtner beispielsweise. Und wenn du dann mal drei Tonnen Kies geschippt hast, das hat gut getan, ja, weil du siehst einfach, wie dieser Haufen kleiner wird und der Kieshaufen von A nach B wandert, das tut gut wieder. Also es ist wirklich ein Segen nach so einer Klausurenphase. Ich habe es auch erlebt im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, jetzt durch die Ahrflut. Wir sitzen hier im Nachbartal zum Ahrtal, dass da viele Leute aus Städten zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich mit, ich sage es mal jetzt nicht böse, körperlicher Arbeit zu tun hatten, aber doch handwerklicher, körperlicher Arbeit zu tun hatten. Was viele auch an ihre, natürlich auch durch die Einflüsse von außen, also durch die Eindrücke von außen an ihre Grenzen gebracht hat. Aber ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, so genial zum ersten Mal seit Jahren bin ich schmerzfrei. Das ist auch spannend. Meine Frau hatte das übrigens auch. Die hatte Probleme mit ihrer Schulter, so aus ihrem Sportstudium raus noch, hat mehrfach die Schulter ausgekugelt und musste danach aufhören. Sie hat semi-professionell Volleyball gespielt, musste damit dann aufhören. Und die war fast sechs Wochen, mehrere Tage in der Woche, abends oder teilweise schon ab Mittag, was halt im Ahrtal bei Freunden helfen. Und nach drei Wochen meinte sie, ich habe keinen Rückenschmerz mehr, ich habe keine Schulterschmerzen mehr, einfach durch die viele Bewegungen. Krass. Siehst du mal, hat alles seine Vorteile, mal so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Das sage ich als jemand, der seit, ich glaube seit drei Jahren nicht mehr im Fitnessstudio war. seit Beginn von Corona habe ich meine Mitgliedschaft gekündigt und habe andere Dinge getan. Aber jetzt habe ich eine Motivation wieder. Jetzt weiß ich auch endlich, was Erlebnislernen ist und das klingt sehr, sehr spannend. Ja, aber hast du ja schon gemacht, oder? Also wenn du so erzählst von dem Spielplatz vom Kindergarten, das ist Erlebnislernen. Das sind diese Projekte, die uns gut tun. Das macht Spaß. Also was vor allen Dingen spannend ist eigentlich auch so ein bisschen, wie die Gefüge sich dann bilden. Also ich habe mich nie irgendwie als jemand gesehen, der jetzt irgendwie ein Anführer ist oder irgendwie dominant oder so. Viele lachen dann immer, wenn ich das sage. Aber es ist eigentlich nicht so mein Bestreben. Aber immer wenn ich merke, dass so eine Gruppe überhaupt nicht vorwärtskommt und sich nicht findet, bin ich dann doch jemand, der sagt, komm, also weil das Ziel mir wichtig ist. Einer muss mal so ein bisschen hier so den Weg ebnen. Und es ist schön, weil du eben sagtest, mal so Azubis einzubinden, also jemanden, wo man vielleicht im Unternehmen erstmal nicht so viel Vertrauen hat oder wo man sagt, naja, der kann ja noch nichts. Was ich erlebt habe, in so Situationen, auch wie viele Bausteine ich bei Freunden hier schon geholfen habe, auch sowas. Es ist einfach toll, wenn du dann Menschen von der anderen Seite kennenlernst und dann ihre anderen Fähigkeiten, die vielleicht im beruflichen Alltag oder so, wie du sie sonst kennengelernt hast, gar nicht zum Vorschein kommen. Also, dass du dann erlebst, im völlig anderen Kontext, jemand dann total aufblüht und dir auch was zeigen kann, was du gar nicht wusstest von ihm. Ja, wir nehmen immer die Rolle an und die gerade benötigt wird und die Rollen sind halt ganz oft auch ans Räumliche gebunden. Also jetzt überleg mal, wenn du zu deinen Eltern zum Beispiel nach Hause kommst, ist ja ganz oft so, dass man mit einem Kumpel unterwegs ist, man geht nach Hause zu dem und dann plötzlich verhält er sich ganz anders. Dann ist er halt der Sohnemann und so und dann plötzlich spielt er da auch eine ganz andere Rolle. Also die haben wir ja wohl alle, je nach Situation. Heute kriegen es die Finanzbeamten ab. Derjenige, der auf dem Finanzamt arbeitet, hat dann in seiner Freizeit irgendwie noch, weiß nicht. Ist er doch ein Mensch in seiner Freizeit. Ein Verein, den er unterstützt und geht dann beim Fußball total ab oder keine Ahnung, macht hier Fasnet, Kirmes, Fasching. Wie heißt es? Du bist ja... Karneval. Fast zu Lohrwind. Hörstatt bei uns. Karneval. Ich bin ja kein Gölscher, ich bin ja ein Eiffler. Ich bin ja hier, ich bin ja an der Schnittstelle zwischen dem Rheinland und der Eiffel bin ich, ne? Okay, aber bei euch ist... Karneval. Ist Karneval trotzdem groß, oder? Ganz groß. Und ich bin ja überhaupt kein Karneval. Also, ich bin kein Freund des institutionalisierten Karnevals. Ich habe das in meiner früheren Karriere als Tonmeister, Toningenieur live miterlebt, weil ich habe in meinen jungen Jahren, auch während des Studiums, gutes Geld während Karnevals verdient, aber halt auch die Schattenseiten gesehen. Und dieses Durchorganisierte mag ich gar nicht. Aber seitdem wir hier in Waldorf wohnen, mit Frau und Familie, sind wir doch zumindest in einer Karnevalsgruppe sehr aktiv, was den Rosenmontagszug betrifft. Von daher, ja, auch genau da habe ich auch so Sachen erlebt. Ja, also Leute, wo ich dachte so, wow, super erfolgreich im Beruf und geil, so ein bisschen auch, ach, ich wäre gerne so wie er und dann heißt es Wagen bauen und sonst was und der hat 25 linke Hände und ist total dankbar, wenn die ihm den Nagel beim Hämmern, also übertrieben gesagt, so von der Idee. Ich habe jetzt keinen konkret im Blickfeld. Nein, der fühlt sich auch jetzt nicht angesprochen. Der hört ja meinen Podcast zum Glück auch nicht. Hoffe ich mal. Ja, also auch das kann ich gut bestätigen. Also dieses im anderen Kontext völlig andere Seiten zu erleben und dass das gut tut für eine zwischenmenschliche Beziehung. Definitiv. Und jetzt weiß ich, dass das Erlebnis lernen ist. Mensch, ich habe was gelernt. Ich muss nicht dumm sterben. Ja, ja. Sehr schön. Doch und somit begreifen wir dann die Sachen halt auch einfach besser. Also schon allein das Wort begreifen. Also da muss ich ja wo reingreifen, damit ich das auch verstehe. Also auch irgendwo da stehe. Also die deutsche Sprache ist einfach phänomenal. Die zeigt uns da eigentlich alles auf. Und ja, im Kindergarten machen wir das ja auch noch. Da kommt kein Erzieher und erklärt uns, was ist ein Hammer und was ist ein Nagel, sondern dann kriegt man das in die Hand und dann haut man den Nagel irgendwo rein. Und ja, also vielleicht noch mal zu den Azubis. Die sind da natürlich auch so verschrocken, weil die ja auch sich da nie so ausprobieren können. Wir haben mal Ferienfreizeiten, machen wir für Unternehmen. Das heißt, ja, sechs Wochen sind einfach lang. Keiner kriegt irgendwie sechs Wochen am Stück in den Sommerferien Urlaub. Und gute Unternehmen kümmern sich dann um ihre Mitarbeiter, indem sie dann einfach eine interne Ferienfreizeit organisieren. Die kommen auf uns zu und wir kümmern uns um die Kinder. Und ja, da im zweiten Jahr kam dann die Idee auf, wie wäre es eigentlich, wenn dann jede Woche irgendwie ein oder zwei Azubis mit dazukommen und die Kinder mit betreuen. Und umso mehr wir denen irgendwie Freilauf gegeben haben, umso toller war es. Und dann kamen die mit ihren Hobbys und mit Ideen. Und am nächsten Tag kam einer an, und hat gesagt, ach hier, guck, ich habe bei mir zu Hause noch Frisbees gefunden und dann haben wir Frisbee gespielt und so. Also umso lockerer man das Ganze hält und man dir das einfach zutraut und dir auch mal in andere Situationen reinwirft, die jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, Metallverarbeitung heißen oder Mechatronik. Ja, dann sieht man erst mal, was eigentlich in den Jungs und Mädels auch drin steckt. ja, also ruhig, ruhig mal was anderes machen oder wir sagen auch immer so, wenn ihr so ein Sommerfest habt, lasst, lasst doch einfach mal einen Teil davon die Azubis organisieren. Für Selbstbewusstsein gut. Ja, die lernen dann Projektmanagement. Spannend, was es alles gibt und das kann man mit Videokommunikation hervorragend kombinieren. Um nochmal den Bogen zurückzuspannen, weil wir jetzt schon mal 50 Minuten sind, die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, jetzt lassen wir ein halbes Jahr nochmal ins Land gehen, dann sag ich dir, was mir noch alles für Ideen kamen. Ja, ne. Mit den Möglichkeiten, die ich habe. Also, da bahnt sich hier und da wieder neue Ideen einfach an, die man machen kann. Ja, mit diesem wunderbaren, wunderbaren Studio. Es sind auch viele echt neidisch. Sehr schön. Ja, so soll das sein. Also nicht Neid, sondern dass es genutzt wird und Freude bringt und Vorteile. Absolut. Ja, ist ja auch, ich meine, ist ja auch was, was man erstmal erleben muss. Ich erlebe das persönlich, ja, regelmäßig, dass spätestens dann, wenn die Leute, sag ich jetzt mal, in einem Live-Video-Call mit mir selber oder wenn dann ein Studio eingerichtet wurde von uns, dann zum ersten Mal verstehen, was das überhaupt bedeutet, was man machen kann, dann erst begreifen, was ich ihnen im Vorfeld alles erzählt habe. Das ist ja bei neuen Dingen, ist das ja immer so. Ja. Das ist ja ein völlig neues Thema für Unternehmen. Also da habe ich noch eine wunderschöne Story quasi zum Schluss. Meine Frau, die hat jetzt die Ausbildung zur tiergestützten Intervention angefangen und jetzt sage ich zu ihr, du weißt schon so viel, du erlebst gerade so viel, lass doch die Leute da einfach mal teilhaben und mach einen Podcast. Alles ist ja schon da, das kannst du auch nutzen. Das ist super simpel, das alles zu machen und ich sage dir, also ich bohre da jetzt seit, also was heißt bohren, ich werfe immer so kleine Bröckchen rein seit drei Wochen und ich sage dir, in drei Wochen fängt sie damit an, weil es ist ja alles da und sie kann es ja auch nutzen. Genau und da war gerade im Hintergrund der Kollege deiner Frau, der bei der tiergestützten Intervention nämlich euer Hahn bis hierhin gehört. Genau, genau. Ja, da war er wieder. Ja, da ist er wieder, genau. Der will auch zu Wort kommen. Ich meine, hallo, er will auch einen Podcast haben, siehst du? Wir haben lang trainiert, der Fabio und ich, wir haben lang trainiert. Wenn ich ihm ein Zeichen gebe, dann ruft er. Immer wenn ich sage, tiergestützte Intervention, dann meldet er sich. Jetzt war es aber Telepathie, jetzt hat er nämlich vorher schon geschrien, also gerufen, gekräht. Der spult sein Programm jetzt ab. Hervorragend. Prima, schön, sehr, sehr schön. Da bin ich auf den Podcast deiner Frau auch mal gespannt. Deinen Podcast kenne ich ja schon, auch den werde ich gerne verlinken in den Shownotes. Ja, und dann danke ich dir vielmals für die vielen, vielen Insights, besonders auch im zweiten Teil unseres Gesprächs zum Thema Erlebnis lernen, weil so richtig konnte ich mir darunter noch nichts vorstellen, aber jetzt weiß ich es und ich habe auch schon so die eine oder andere Idee, wo ich mal deinen Kontakt weitergeben werde, weil ich mir vorstellen kann, dass da die Unternehmen, ja, das könnte interessant sein. Bin ich mal gespannt, ob da Offenheit da ist. Ja, ich danke dir für deine Zeit, für deine Erfahrungen und wir sprechen uns ja sowieso definitiv und dann auch mal wieder mit einem Update und ich danke auch allen, die jetzt zugehört haben für ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und zugehört hast. Wenn du Fragen an Marc hast oder Interesse an seinen Angeboten, Angeboten seiner Academy, du findest den Kontakt in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung und bist natürlich dann aufgefordert, gerne auch mal den Marc anzuschreiben. und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei meiner nächsten Podcast-Folge. Wenn du irgendeinen Input hast, sagst, Mensch, zu dem Thema möchte ich was hören, auch dann kannst du dich gerne bei mir melden. Die bekannte E-Mail-Adresse podcast-at-webinar-profi.de Ich habe jetzt auch wieder ein paar E-Mails bekommen zu Themen und auch einer wird demnächst auch mit mir im Podcast als Gast dabei sein, weil er hatte eine ganze Menge technischer Fragen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, schön, dass du die Fragen stellst, freut mich, aber stell sie mir doch in der Podcast-Folge, ist doch für alle spannend. Und zack, habe ich wieder eine Folge gefüllt. So einfach geht das. Ja, Marc, dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche und schöne Woche. Wir haben jetzt den Montag, also haben wir noch alles vor uns und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Präsenz war gestern. Online ist heute. Wir werden uns unter 9-3-2-3-4-5-2-4-5-4-5 reisen. Ich bin mir da. Ich bin fast darauf, lang theноろ steiglicher. ich bin fast dran. Ich bin fast dran.